Man darf natürlich nicht verschweigen, dass es zu Kausalität und Rational Choice eine ganze Reihe von Alternativen in der Politikwissenschaft gibt. Wir hatten eingeführt Korrelation, Rational Choice, normorientiertes Verhandeln und kulturtheoretisches Handeln. Kulturtheoretisches Handeln ist sehr stark in einen Zusammenhang zu bringen mit dem Begriff des Diskurses. Was sind Diskurse? Diskurse sind Grammatiken. Einzelne Elemente in einem Satz werden nur sichtbar, werden nur mit Bedeutung versehen, wenn sie in einen Satz mit einer Grammatik eingefügt werden. Das heißt, Diskurse, die funktionieren ähnlich, sie sind Bedeutungssysteme, sie sind produktiv, sie produzieren, was in einer Gesellschaft vor sich geht. Sie sind historisch kontingent. Das heißt, wir haben hier kein deterministisches Verfahren, wie ich schon angedeutet habe, im Sinne von Kausalität. A führt zu B, A liegt zeitlich vor B und ohne A wäre B nicht möglich gewesen. Nein, hier kann A zu B führen, aber auch zu XYZ. Es ist möglich, dass A zeitlich vor B liegt, dass es aber auch eine Zeitgleichheit gibt. Und das alles ist deswegen wichtig, weil wir dann sehen, welche Macht eigentlich Bedeutung zu kreieren im Diskurs steckt. Macht also als zentraler Bestandteil von Diskurs. Wir können dann auch Wandel von Kultur besser verstehen, glaube ich, weil wir, wenn wir das Beispiel Deutschland und Frankreich nehmen, wir hatten einen Krieg 1870-71, da hat sich das Deutsche Reich konstituiert. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Also Deutschland und Frankreich, kann man schon so sagen, waren sich Spinnefeind, haben innerhalb von 70, 80 Jahren drei Kriege gegeneinander geführt und wurden dann aber zu Motoren der europäischen Integration. Und wir brauchen also einen Begriff von Wandel. Wir müssen erklären können, wie das möglich ist, dass heutzutage Deutschland und Frankreich, also Macron und Merkel zum Beispiel, zu Motoren der europäischen Integration werden. Deswegen ist es wichtig, Diskurse zu analysieren. Wir sprechen hier von sehr komplexen Systemen, wie wir es nennen würden, artikulatorischer Differenzen oder kollektiven Sinnsystemen. Diskurse schränken ein, was wir als Ereignis überhaupt benennen können. Warum nennen wir einen Zustrom von Migrantinnen und Migranten Flüchtlingskrise beispielsweise und nicht humanitäre Katastrophe? Diskurse schränken ein, was wir als Realität beschreiben können. Sie hinterfragen bestehende Machtstrukturen. Insofern sind das, was wir normalerweise als kritische Theorie bezeichnen und Diskurstheorie sehr eng miteinander verbunden. Und wichtig ist eben auch zu sehen, wer hat überhaupt Zugang zu einem Diskurs? Wenn wir sagen, dass Indien oder die USA die größten Demokratien auf diesem Planeten sind, und man fährt dann nach San Francisco, meinetwegen in einen Stadtteil, wo überwiegend Obdachlose hausieren, wie Tenderloin, dann stellt man sich die Frage, welchen Zugang zu demokratischen Partizipationsmöglichkeiten haben diese Menschen überhaupt? Das Gleiche gilt für Indien. Kann man von der größten Demokratie dieses Planeten sprechen, wenn viele Menschen keinen Zugang zu sanitären Möglichkeiten haben und so weiter und so weiter. Deswegen ist es wichtig, um im Wandel, um Machtstrukturen zu analysieren, einen Diskursbegriff zu haben, der das ermöglicht. Das führt uns zu neuen Analyseformen in der Politikwissenschaft. Wir analysieren also nicht nur Datensätze, sondern auch Bilder, Symbole. Wir dekonstruieren Repräsentationen, dominante Repräsentationen von Realitätstellen in Frage. Wir analysieren Fotos, Filme, Metaphern, Dinge der Alltagskultur, Romane, Kunst und neuerdings auch Fernsehshows, Popmusik und eben Twitter-Beiträge, um wirklich ein umfassendes Verständnis von politischen Geschehnissen zu haben. Anwendungsbereiche in der Politikwissenschaft, also die Policyanalyse, vergleichende Politikforschung, das Studium von Verwaltung, Parteien, neuen sozialen Bewegungen, Effekte der Politikvermittlung, der politischen Repräsentation, der Artikulation, der Aggregation und eben die sehr, sehr wichtigen kollektiven Sinnsysteme, die wir als Kultur bezeichnen. Vielen Dank.